Herzlich Willkommen zu einer weiteren Part von Donkey and Country Tropical Freeze und wir kämpfen jetzt gegen den Final End Boss Brudis. Seid ihr auch gespannt wie ich. Wir machen glaube ich das hier. Macht sich kurzzeitig uns nicht unbesiegbar. Extra Herz machen wir natürlich. Wir haben es ja nicht umsonst geholt. Und vielleicht sowas noch hier. Wir sind bereit für dieses Level und spielen das auch mal. Das ist aber schon scheiße wenn ich das wirklich im First 2 schaffen sollte. Aber ich denke eher nicht dass ich das im First 2 schaffe. Das müsste schon ein schwieriger Bossfight sein. Und ich bin genauso gespannt wie ihr. Was uns hier erwarten wird. Ich habe Bosses sein wird. Wir haben schon Dixie deswegen brauchen wir ihn nicht wirklich. So ja mein extra Herz. Okay. Wie kann man eigentlich das Bananensaft trinken? Bum bam. Wo ist der Boss denn? Das ist der Boss oder was? Dieser Fettsack. Okay. Komm her nur. Komm nur her. Der Rudolf. Der Helmut. Der Siegfried Helmut ey. Was ist das der Boss? Ich dachte das wäre jetzt irgendwie so ein anderer. Aber naja dann ist es halt der Boss. Aber der hat schon Superman Fähigkeiten glaube ich jetzt mal. Pass mal auf. Verpiss dich. Was kann er denn? Was ist das für ein Ding? Ach leck mich alter. Soll ich verarschen? Ach genau. Wobei nicht mal so schwer. Okay dann benutzen wir das mal. Wohin muss ich das schlagen? Ach komm halt mal her du Pisser. Komm halt. Pisser. Ach ich möchte jetzt gegen dich in die Fresse boxen halt. Ich möchte jetzt gegen deine Fresse schlagen du Pisser. Ich kann auch gar keine Kong Fähigkeit benutzen. Das ist ja ein bisschen schade oder? Aber das wäre ja auch overpowered. Jetzt komm Alter Alter. Oder muss ich dich so treffen? Ach so. Sag es halt gleich man. Und da lacht er der Pisser. Und ich habe ihn in die Fresse geschlagen ey. Super. Okay. Jetzt wird er aggressiv ey. So muss man ihn. Erstmal besiegen. Ja genau. Kann ich den nicht schlagen dabei? Doch ich kann ihn dabei schlagen. Super. Bam nochmal in die Fresse ey. Jetzt nochmal aufs Maul ey. Ach jetzt wird er aggressiv. Ja genau. Geh mal weg ey. Hau mal ab Alter Bro. So jetzt macht er wieder dieselbe Attacke. Okay bis jetzt ist er noch nicht mal so schwer finde ich. Also ich finde bis jetzt finde ich ihn nicht mal so schwierig. Weil mit dem kann man eigentlich leben. So schwer ist es jetzt nicht. Komm mal her. Der lacht nicht so Pisser. Oh in die Fresse ey. Voll auf die 12. So dann komm jetzt kann ich dir nochmal in die Fresse. Dich kann ich nochmal nicht nehmen ne. Komm mach nochmal. Oh das hätte ich was bekommen. Ach deine Mutter Alter. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt man? Oh. Wir haben Bananensaft getrunken. Das ist cool. Das ist super. Schade wir haben ihn nicht getroffen man. Jetzt müssen wir ihn wieder von hier treffen. Aber war cool. Bananensaft trifft man also indirekt gleich. Ja der grüne Ballon war dann unnötig. Ich dachte aber eher wir wären auch von der Schlucht ne. Ist auch normal denk ich mal. So bam Alter. Was? Hab ich ihn nicht getroffen? Verpiss dich jetzt mal du Wichser man. Fettsack. Fettsack. Komm nochmal mach nochmal. Boah das ist schwierig ihn zu treffen. Wir können doch die Kongfähigkeit benutzen. So da komm mal her Alter. Alle 6 Stück hier. Danke man. Das ist ja echt overpowered hier. Das ist ja geil Alter. Das extra Herz kannst du ja auch zu. Geil. Das ist cool. Oh komm her Mann. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich schon. Ja komm du bist. Irgendwann bist du müde ne. Alter ist er müde. Da ist er müde und dann. Was? Was? Das ist für mich farsch. Jetzt komm man halt müde man. Du Pisser. So jetzt geh in die Fresse. Alter. Vor allem in die Fresse. Da hab ich dich jetzt geschossen Mann. Komm mach wieder dieselbe Fähigkeit du Pisser. So. So nochmal in die Fresse geschlagen. Jetzt wird er aggro. Ich denke mal jetzt wird er schwieriger. Ja. Ein bisschen. Oh ja genau. Okay. Schon schwer wird der. Ne nicht mal so schwer. Aber das geht voll klar. Oh jetzt. Okay was macht er jetzt. Scheint mir schon ein bisschen schwieriger zu sein. Ja genau. Ist klar. Was? Macht er alles zu Eis oder was? Das ist ein Pisser. Okay. Das ist alles rutschig. Das ist schon schwieriger ein bisschen. Jetzt macht er wieder dieselbe Fähigkeit. Also das wird schon schwieriger hier. Aber wir haben trotzdem noch genug Leben ey. Komm mal her Alter. Komm her. Du wirst müde ey. Bam. Genau wenn er müde wird. Schlag mal ihn in die Fresse ey. Und scheiße. Das können wir irgendwie gar nicht benutzen. Komm mal her. Du Wichser. Ach was soll denn der Mist. Ich hab dich doch getroffen. So hier du Hoden. Komm noch mal du Pisser. Ach genau Alter. Oh. Das war knapp. Fick dich Alter. So jetzt ist es mal. Äh. Eis mal nicht. Das ist cool. Und jetzt macht er wieder zu Eis. Denk ich mal alles. So dann pass mal auf wo die hinkommen. Das sieht man eigentlich an der Schneewolke da oben. Wo die meint. Ach leck mich ey. Den kann man kaum ausweichen. Wir brauchen schon wieder die Kong Fähigkeit man. So bis jetzt ist der Boss nicht mal so schwer finde ich. Der Boss geht voll klar. So dann komm. Dann gib mal dir in die Fresse. So dann weich nur aus du Pisser. Bis er müde wird. Bam. Ach schön. Super. Das wird erstmal weggepisst. So jetzt komm mach deine Stierattacke du Hoden. Was? Wieso mach ich das? So bam. Ach ein schönes Herz. Das gefällt mir. Ach Gott. Scheiße wir haben es nicht geschafft. Ihn noch einen Schaden zu nehmen. Ach nein. Jetzt bin ich alleine. Ohne Dixi. Ich bin von Dixi verlassen. Ach Dixi Mann. Ich dachte du bist mein Bro. Denn dieses Leben was du führst ist so ehrenlos. Doch deine Mutter lebt so. Pass mal auf hier. Oh Scheiße Mann. Ich hab nur noch ein Herz. Okay der Boss ist schon schwer. Wir müssen es aber trotzdem packen irgendwie. Ich krieg's vielleicht hin. Ist aber nicht leicht. So komm her. Weich nicht so sehr aus du Pisser. BAM. Genau in die Fresse ey. So. Das macht die scheiß Stierfähigkeit du Pisser. Was? Ich treffte nicht. So jetzt aber. Und schönes Herz noch. Super Herz. Jetzt wird er aggro. Jetzt wird er richtig aggro Berlin. Glaub ich. Ja genau. Ja. Ist klar. Jetzt dreht er durch ey. Jetzt ist er durchgedreht. Der Pisser. Jetzt kommt bestimmt noch eine Schwierigkeit bei diesem Ding. Oder ne. Jetzt kommt keine Schwierigkeit mehr. Nur dass alles jetzt da ist. Und da der einfach nur mehr macht hier. Okay. Pass lieber auf Mann. Oh. Nein. Ich bin auch. Oh Gott. Scheiße. Ich hab nur noch ein Herz. Nur noch ein Herz. Kacke. Wie viel Leben hat der überhaupt noch? Ich hab keine Ahnung. So. Ihr wisst Bescheid. Der haut wieder ab so. Okay. Komm her. Ich treff dich noch. BAM. Du lachst in die Fresse ey. Du gehst dabei in die Fresse. Okay. Jetzt hat er eine Schwierigkeit. Jetzt mach du wieder dieses Ding. Nein. Fuck das shit man. Wir besiegen ihn schon. Wir besiegen ihn schon. Wir besiegen ihn schon. Soll das Karma bitte überspringen? Bitte. Dankeschön. So. Wir wollen da hin. Wir besiegen den Boss schon. Also der ist doch schon schwierig. Finde ich. Okay. Deine erste Form ist überhaupt nicht schwer. Mit Dixie ist er nicht wirklich schwierig. Das muss man sagen. Das muss man einfach so zugeben. Komm jetzt her. Weich nur aus du Pisser. Irgendwann wieder bin ich schon müde. Und BAM. Nutze ich die Gelegenheit aus natürlich. So komm mach deine Scheiß-Steer-Attacke du Rambo. So. Ach Gott man. Mann. Was? Ich hab nicht. Genau. Jetzt hab ich ihn getroffen. Mein Gott. Jetzt verpisst dich man. Deine Mutter man. Deine Mutter stinkt nach Buddha. Und ich hab fast schon wieder Dixie jetzt verloren. Wieso bin ich so scheiße man. So jetzt komm ich krieg's hin man. Das ist so schwer ist er nicht. Ich find er nicht so schwer. Komm jetzt doch pissig man. Weich doch nicht so aus du Pisser. So BAM. Er lacht der Pisser. Das war auf die Fresse der Pisser. So ich will dein Herz haben. Komm. Mach es mal schön. So komm her. Super. Komm nochmal. Bam. Super. Geil. Zwei Herze. Jetzt wird er zur zweiten Form. Jetzt wird er zum Super Saiyajin. Och genau. Leck mich ey. Leck mich am Arsch. Hast du mich verstanden? Das war P. Oh. Ich wollte da schon drauf ey. Was wäre passiert? Ich glaub ich wär gestorben ne. Wir haben bis jetzt alles voll. Das ist super. Aber das ist auch erst die zweite Form ne. Die zweite Form ist nicht wirklich schwierig. Ich find sie nicht so schwer. So wir haben bis jetzt ausgewichen. Wir haben bis jetzt immer noch nichts verloren. Das ist super. So jetzt. Ihn auf die Fresse schlagen. Er müsste eigentlich langsam aber zur dritten Form kommen. So dann komm. Weich nur aus so Pisser. Du wirst schon müde. Du wirst schon müde. Da lachst du Pisser ne. Da lachst du Pisser. So bam. Kann ich denn eigentlich zweimal treffen? Würde mich mal jetzt interessieren. So insgeheim würde es mich einfach mal interessieren ne. Komm mal her. Komm her alter. Du bist jetzt richtig agroni. Wieder nicht. Jetzt hab ich ein Herz verloren. Leck mich am Hoden jetzt. Hast du mich verstanden du Pisser. Okay. Jetzt kommt wieder diese selber Attacke. Das ist mit dem Eiszapfen. Okay. So ich bin echt gespannt wie das Ende so ist. Ihr seid bestimmt alle auch gespannt. Wir machen natürlich auch weiter mit diesen Let's Plays. Das ist kein Problem. Aber ich würde einfach jetzt nur das Ende jetzt cool finden. Dass wir das Ende jetzt erstmal haben. Weil es wäre jetzt insgeheim schon durchgespielt bald. So komm. Asagbi. So komm. Geh. Wohin gehst du denn jetzt? Wohin gehst du denn jetzt? Wohin gehst du jetzt? Du Pisser. Lach nicht so du dreckig du Wichser. So bam. Scheiße. Mir kann ihn glaube ich keinen zweiten Treffer geben ne. So da komm. Bam. Schön ein Herz. Das wäre der Agro. Das wäre der Pisser Agro. Seine dritte Form. Okay. Seine dritte Form ist... Es geht. Alter ich finde die schwierig. Oh jetzt lacht der Pisser. Komm her. Okay. Jetzt machen wir wieder diese selber Attacke die ich auch bei der zweiten Form konnte. Die ist immer wieder dasselbe. Ich glaube aber es ist schneller oder? Ja es sieht viel schneller aus irgendwie. So dann geh mal weg ey. Verpiss dich. So geh einfach dorthin wo es schon gehagelt hat. Da denke ich kommt es halt nicht nochmal genau dort wieder in derselben Stelle. Also so gleich sofort kommt da bestimmt nix. Alter da hast du ne Ruhe verschnaufpause erstmal. Für ne kurze Zeit. Und jetzt komm. Weich aus Bruder. Weich aus. So. Da will es ausweichen. So bam du Pisser. So an dir kann ich nicht ausweichen. Verpiss dich. Okay. Warte wieder jetzt ist ein Stiernacken Kommando. Stiernacken Kommando. Okay jetzt ist er viel schneller. Jetzt komm mach nochmal alter. Hast du doch immer gemacht du Pisser. Was jetzt los mit dir du Pisser. Ich find dich nicht schwierig. Mit Dixi bist du über. Oh was. Willst du dich verarschen. Okay. Oh. Der kriegt mich nicht hin. Dann mach das mal du Pisser. Och leck mich alter. Ich krieg dir nicht hin man. Wieso nicht. Oh man man. Ich hab's nicht hingekriegt. Mann. Ich werd mich nicht umbringen. Das ist ein Dreckspisser man. Och god damn it ey. So hier kannst du chillen. Wartest du. Ihr wisst meine Taktik oder. So jetzt komm alter. Dich besiege ich noch Bruder. Ich will ein scheiß Herz von dir. Das sind immer dieselben. Die bleiben. Von den Tieren her. Komm her du Pisser. Was. Der kann ausweichen. Oh. Das Ausgewicht. Man muss schnell sein auch noch. So bam. So super. Und nochmal. Och scheiße. Das natürlich nicht. Und jetzt komm. Mach Stehnacken Kommando Bitch. Nein. Och gut. Komm nochmal du Pisser. Komm nochmal. Mann. Scheiße. Jetzt kommt die Scheißattacke. Och wie. Wie soll ich die mit Ding überleben. Oh. Das geht. Das geht. Jetzt macht er die Scheißattacke. Ne. Jetzt macht er die Scheißattacke. Oh. Ich hab immer noch eine. Nein. Fuck you. Scheiß Boss. Der Boss ist nicht leicht. Mein Gott. Ich hab nur Pech gehabt man. Ich kick den nicht down. Ich treff den ja nie. Das kann auch nicht sein. Das kann auch nicht wahr sein man. Okay. Ist auch der feine Boss. Also ich hab da nicht wirklich gerechnet. Dass ich den First 2 ziehe. Also ich hätte fast den First 2 gezogen. Natürlich. Schwer ist er jetzt nicht wirklich. Aber. Ich kick den halt immer nicht. Ich kick den irgendwie nicht. Am Ende. Jetzt komm verpiss dich jetzt mal du Pisser. So. Bam. Da lacht der Pisser. Ach du Wichser man. Jetzt komm. Komm. Ach gib denen in die Fresse Alter. Du Spasti. Da deine Mutter. Ach du Pisser man. Jetzt komm. So du Pisser Alter. Scheiß Bastard Alter. Fühl dich nicht so. Okay du Fickfehler eh. Ich geb dir gleich eine in die Fresse. Du Pisser. Mann. Geht doch. Komm mach nochmal. Geht doch jetzt ey. Mein Gott. War das jetzt so schwer. Ihn zweimal zu treffen. Oh Gott. Ich hab ihm schon wieder ein Herz verloren man. Was soll denn der Mist. Kein Wunder dass ich gegen den verkacke. So der macht aber doch dieselbe Fähigkeit. Die kann er halt nur. Oh Gott. Komm jetzt her. Du Drecks Pisser Alter. Du Fettsack. Scheiß Helmut. Oh wir haben ihn trotzdem getroffen. Perfekt. Und das hit. Das prallt an ihn ab. Da habt ihr den Beweis gesehen. Dass wir ihn nicht doch mal zweimal treffen können. Super. So. Jetzt bin der Akko der Pisser. So. Das ist seine zweite Form. Ich fall hier immer ein scheiß Herz bei diesem. Bei diesem Weg. Mein Gott. Wie soll man denn noch ausweichen. Diesen Fettsack. Hier willst du den Pisser ausweichen. Egal. Wir haben immer noch vier Leben. Das ist. Original. Original. Wir haben immer noch genauso voll Leben. Jetzt eher gesagt. Wir haben jetzt nur unser Extra Herz verloren. Das ist auch eine Zutrage. Und verpiss dich. Och passt doch. Diese Szene kann ich jetzt super gut auswählen. Schon. Das mit den. 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 Blitzchen. Och komm. Verpiss dich. Ich hab gesagt verpiss dich. Komm. Bleib jetzt stehen. Du Pisser. Genau. Och gut. Und nochmal. Scheiße. Natürlich nicht. Natürlich zählt. Das zählt sowieso nicht. Also ich wollte es einfach nur aus Spaß machen. Bam. Super. Noch ein Uppercut. Och komm jetzt Alter. Och geilen Herz. Super. Och leck mich Alter. Och lass mich in Ruhe Mann. Hast du mich verstanden. Du Pisser. So jetzt haben wir voll Leben wieder. Wir haben unser extra Herz wieder bekommen. Okay. Seine dritte Form kommt gleich. Denke ich jetzt mal. Oh. Seine dritte Form will ich auf jeden Fall besiegen. Und dann ist es glaube ich auch fertig mit diesem Boss. Und scheiße. Ja mein Herz verloren. Wieder ist extra Herz verloren. Schade Marmelade. So jetzt müssen wir ihn treffen. Ansonsten wird es echt tragisch für uns. So da komm. Dann war ich nur aus du Pisser. Komm mal wieder. Wieder. Wieder zuckt dieser Pisser. Bam Alter du Hoden. Jetzt müsste er ja nicht Akku werden. Aber scheißegal. So jetzt treffen wir ihn. Jetzt treffen wir ihn. Und kriegen ein Herz hoffentlich mal. Nein. Natürlich nicht. Och super. Jetzt ist er Akku. Jetzt ist er in der dritte Form. Geil. Verpiss dich. Jetzt komm dann macht ihr diese scheiß Fähigkeit. Oh. Ne. Diese Wirbelattacke. Och Gott. Lass es gut sein Bruder. Okay. Oh. Der geht jetzt wieder weg und macht diese. Oh. Diese Eistechnik. Die wir alle so gerne lieben. Okay. Hier. Hier. Wir sehen von oben wo es herabkommt. Also es ist eigentlich kein Problem das auszuweichen. Finde ich jetzt. Und ich finde es jetzt nicht so schwer. Ich fand es am Anfang schwer. Aber jetzt ist es nicht mehr schwer. Wir haben alle Leben noch. Das ist immer noch super. Aber wir verlieren sie wirklich jetzt. Langsam wird es jetzt. Langsam wird es hart. So jetzt komm. So komm her. Bruder. Bam. Alter in die Fresse ey. Du Pisser. Dann hau mal ab ey. So jetzt muss er rammen. Jetzt muss er rammen. Dieser Pisser. So. Bam. Ach geil. Komm noch mal rammen. Wir haben ihn einmal beim rammen getroffen. Das ist gut. Jetzt kommt wieder diese Fähigkeit. Da bin ich mal gespannt was er jetzt noch drauf hat. Er macht jetzt diese Attacke ne. Die aus seinem Hohr kommt. Genau diese Attacke. Wo ist die ist doch. Aber die ist nicht mal so schwer. Die ist nicht schwer auszuweichen. Oh hat es stimmt. Da macht er weiter. Ach geil. Ich bin jetzt schon zwei. Äh jetzt drei Leben abgezockt. Jetzt müsste es eigentlich schon bald das Ende kommen. Oh ich bin so gespannt Freunde. Ich bin so gespannt wie das Ende ist. Wir sind schon so knar. Äh klar dran. Nah dran meine ich. Und hier kommt da nichts mehr. Hier kommt nichts mehr. Bin ich mir sicher. Geil. Dann komm noch mal. Ich will jetzt unbedingt nicht verlieren. Ich hab so ein Herzinfarkt. Ich glaub's nicht. Der Boss ist schon schwer. Dritte Form. Die haut rein. Die haut einfach rein. Und das hat mir natürlich gefehlt. Wobei bei Returns hat es nicht wirklich gefehlt. Weil das war jetzt nicht wirklich leicht. Na komm. Ich mach dir jetzt diese Ramme-Attacke. Und wenn wir ihn jetzt besiegen sind. Ist es cool. Super. Bada bada. Ah. Ah. 23 Mal. Super. Jetzt haben wir richtig getimed diesen Boss. Oh geil. Alles klar. Jetzt sind wir das Ende. Jetzt hat du es im Besikt mein Sohn. Aber wieso hast du mich nicht geholt. Natürlich. Das ist ohne mich im First 2 geschafft. Du Spasti. Yeah. Genau. So macht es mein Sohn. Weiter so. Das Riesenhorn ey. Was ist das? Hey. Das ist meine Pong. Jetzt kann ich mal schön Bananen wieder mit rauchen. Mit Rudolf. Ich bin hier jetzt schon bekifft. Schön. Jetzt wird alles wieder so wie es früher war. Oder? Jetzt grünt alles wieder. Geil. Okay. Oh. Donkey. Chong. Da 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 da. Ja. Genau. Ich bin erwachsen. Aber eigentlich bin ich nur bekifft. so bis zur vierten Welt gespielt habe. Ich glaube das Spiel war von der Schwierigkeit her bisschen unter Returns muss ich sagen. Bisschen unter Returns. Aber ich fand es nicht schlecht. Ich fand es super. Es hat sehr Spaß gemacht dieses Spiel zu spielen. Es war natürlich nicht so viel Zeit um alles auf einmal aufzunehmen und so weiter. Ich habe wirklich sehr viel Zeit gelassen bei diesem Spiel. Weil ich nicht nicht so viel Zeit hatte wie gesagt. Aber ich habe immer gesagt ja wann konnte ich endlich werde aufnehmen. Boah ich habe so Bock auf dieses Spiel und so weiter. Es ist ziemlich geil dieser Shit. Ich liebe es. Dieses Spiel ist einfach nur göttliche. Ich freue mich schon auf den Hard Mode und dass wir nochmal die Spiele spielen können. Und jeder der es jetzt nicht gekauft hat dieses Spiel lohnt sich. Holt es euch auf jeden Fall. Könnt ihr euch jetzt schon eine Meinung äußern. Weil ich würde es holen. Weil ich habe es ja schon geholt. Also es ist ein ziemlich gutes Spiel muss ich sagen. Ja. Ist eure Sache wenn es euch gefällt. Unterstützt es natürlich. Es lohnt sich meiner Meinung nach. Und als Donkey Kong Country Fan muss ich das natürlich sagen. Dass es ein gutes Spiel ist. Aber dicker zählt. Eins und zwei kann es trotzdem nicht toppen. Finde ich. Ist auch retro. Retrografik und so weiter. Aber ich finde es ziemlich gut gelungen. Also das einzige Schade was ich da zu bemängeln hätte. Wäre mehr tierische Helfer. Da war nur Orambi. Also der kam auch nur so viermal vor. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Es sollte Ongard und andere Charaktere kommen. Hoffe ich mal. Die K-Level haben richtig reingehauen. Vor allem 5K. 6K war eigentlich ganz okay. 1K war nicht so schwer. 2K äh bisschen. 3K war glaube ich auch schon hart. 4K war aber auch schwer. Also da bin ich mir sicher. 4K und 5K waren auf jeden Fall die härtesten. 6K fand ich nicht so schwer. Gut ich hatte auch 5 Leben. Okay 7 Leben sogar. Und beim Boss hatte ich natürlich auch schon sehr viele Leben. Aber ich wusste nicht. Ich habe die ganzen Items nicht benutzt natürlich. Ey genau. Rambi mach was du willst. Okay. Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auf den Hard Mode. Genau. Yay. Ich bin Gangster. Nicht so wie du. Du scheiß Donkey Kong. Und Cranky ist. Ich weiß nicht mit wem. Ich weiß nicht wie das Hard Mode aufgebaut ist. Also oder wie der heißt. Das nennt man glaube ich Hard Mode oder? Ich weiß nicht wie der aufgebaut ist. Ich habe gehört. Dass man in jedem Level aussuchen kann mit wem man spielt. Das heißt man muss nicht mal mit Donkey spielen. Aber noch eine Sache. Man muss alle K&G sammeln glaube ich. Oh. Aber ist eigentlich nicht mehr so schlimm. Fände ich. Weil das eine G. Das eine asoziale G. Das kann man ja mit Dixie spielen dieses Level. Und dann hat man eine Chance auf dieses scheiß asoziale G. Und dann ist es dann kein Problem mehr. So auf jeden Fall geht es ja noch weiter. Also mit dem. Ich weiß nicht ob es noch weiter geht. Und ja. Schauen wir mal. So die Credits. Laut den Ursachen habe ich noch gehört. Es soll noch eine siebte Welt haben. Wir haben hier alles gefunden. Auch alle Puzzeteile und so weiter. Das heißt es müsste ja noch was kommen. Ne? Dann komm. Oh jei. Oh geil ey. Nintendo and Wages. Und die Autos auf die Software. Fudis. Blablabla. So. Was ist jetzt los? Wieder in der Ad Sequence. Geil. Genau. Mach es auf Donkey. Mein Junge. Du hast sehr viel Bananen mitgeholt. Für mich. Du hast ein mysteriös Artefakt gefunden. Alle sieben mysteriösen Artefakte sind enthüllt. Wieso sieben? Ich habe doch nur sechs. Hm. Was ist alles damit auf sich? Hä? Was ist jetzt los? Das sind ja 95%. Dann gehen wir mal rein. Was ist denn los hier? Okay. Okay. Wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ich weiß nicht, ob ich dann weitermache. Es sind ja noch fünf Prozent. Es müsste dann noch ein Level geben. Oder sowas. Okay. Kann man das von hier aus sehen? Ihr seht hier. Das dauert so ewig. Ewig. Gehen wir durch die Wolken, ey. So. Heftig, ey. Okay. Wir haben es geschafft. Was wird das sonst jetzt hin? Hm. Da ist noch was. Qual der Quader. Hm. Das sind noch zwei Level. Drei Level eher. Wollen wir die jetzt schon machen? Weiß nicht, wie cutten jetzt erstmal ruhig. Und ich zeige. Ich cutte jetzt erstmal. Und schau mal, wie lange der Part ist. Wenn er zu lang ist, dann mache ich nichts mehr. Auf jeden Fall, bis gleich. Ihr erfahrt es dann. Nee, sorry, Brodis. Auf jeden Fall, wir machen das im nächsten Part. Weil der Part ist schon angenehm, gut und lang. Auf jeden Fall sage ich dann tschüss. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob wir da alle Level machen. Ich denke mal, vielleicht zwei Level oder einen. Mal schauen. Mal schauen, Brodis. Auf jeden Fall haut rein. Tschau. Wir sehen.